Der BVB konnte einen enorm wichtigen Sieg einfahren in der Champions League bei Newcastle United und genau das Spiel gibt es jetzt bei mir in der Taktikanalyse. Schauen wir zunächst einmal auf Newcastle im Ballbesitz, denn davon hatten sie ja auf jeden Fall mehr, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, aber auch schon in der ersten und da haben die das in einem 3-2 aufgebaut, also die zwei Innenverteidiger plus der eingerückte Linksverteidiger Dan Byrne, der ja auch gelernter Innenverteidiger ist und davor dann ein 2er Mittelfeld, wobei bei Dortmund es so war, dass Föhlkrug eben vorne als erster Anläufer meist den 3er Aufbau attackiert hat, während ganz klar bei Dortmund, wir sehen jetzt hier eine 4er Mittelfeldreihe hinter Föhlkrug, da war es dann so, dass die Achtern Metzger und Sabitzer jeweils die zwei Mittelfeldspieler von dem 3-2 Aufbau zugestellt haben, also Sabitzer in dem Fall am 6er Guimaraes und Metzger am 8er Longstaff, der oft kurz kam für den Aufbau, während der linke Achter bei Newcastle ja traditionell eher offensiver genutzt wird, in dem Fall eben Joelinton und wir gehen einen Schritt weiter, dann sehen wir auch ganz klar Emre Can hinter dieser 4er Reihe, also es war auf jeden Fall ein 4-1-4-1, je nachdem konnten auch die Flügel, also Reus oder Mahlen auf der anderen Seite den äußeren Innenverteidiger von dem 3er Aufbau anlaufen, je nachdem wie aggressiv man es gemacht hat, aber grundsätzlich war das auf jeden Fall gut an den Gegner angepasst und man hat die da oft gut attackieren können, sodass sie keine wirklichen spielerischen Lösungen gefunden haben, auch hier nochmal in der 72. Minute dann ganz klar zu erkennen, dass 4-1-4-1 von Dortmund gegen den Ball, also das hat man wirklich das komplette Spiel überdurchgezogen, selbst dann später mit der Führung, als dann auch Süle Rechtsverteidiger war und Wolf der Rechtsaußen, hat man nicht auf 5er Kette umgestellt, sondern das Personal so beibehalten, beziehungsweise ich meine die Formation so beibehalten, aber mit einem defensiveren Personal. Auch Salih Özcan hat dann, nachdem er für Can eingewechselt wurde, seine Rolle auf der alleinigen 6 gegen den Ball eigentlich echt gut ausgeübt. Betrachten wir mal Dortmund im Ballbesitz, so war das meistens halt ein 4er Aufbau mit Can als 6er davor, je nachdem kamen die 8er dann halt auch noch kurz, um sich anzubieten, aber was mir auf jeden Fall gefallen hat, Can hat sich nicht zwischen die Innenverteidiger fallen lassen, zumindest wenn dann nur ganz selten und hat so auch die Passwege hier nicht blockiert, also war da deutlich besser positioniert wie sonst, auch wenn er natürlich dann nur 40 Minuten oder so gespielt hat, aber auf jeden Fall hat das Ganze recht gut geklappt. Während wir bei Newcastle eben was sehen, was mich sehr überrascht hat und meiner Ansicht nach auch der Grund ist, warum sie verloren haben, beziehungsweise würde ich das von außen so sagen, denn die stehen hier ganz klar in einem Mittelfeldpressing, klar das ist nur ein Bild, aber auch die komplette erste Halbzeit über war es wirklich nur sehr selten, dass sie extrem hoch angelaufen sind und das hat mich schon sehr gewundert, weil das ist eigentlich genau das, was sie stark gemacht hat in der letzten Saison. Diese Saison nicht mehr ganz so stark, da haben sie auch selbstspielerische Elemente und auch gute Konter, aber dennoch ist das eigentlich eine Hauptstärke von Newcastle, ihr hohes Pressing, was sie gestern so überhaupt nicht gezeigt haben und wie sie ja eigentlich auch PSG wirklich überragend besiegt haben in der Champions League Gruppenphase im vorherigen Spiel und warum sie es nicht mit Dortmund gemacht haben, hat mich schon sehr gewundert. Man könnte jetzt sagen, vielleicht hatten sie Angst vor Umschaltsituationen über Mahlen, aber ganz ehrlich, wenn du es dir bei PSG zutraust, die einen Mbappé und noch Dembélé, Colomouni und so weiter haben, dann solltest du es dich auch beim BVB trauen, vor allem wenn du berücksichtigst, was die für Spieler im Aufbau haben. Klar, die Innenverteidiger mit Schlotterbeck und Hummels sind sehr progressive Passspieler, aber im Mittelfeld wird es da schon ein bisschen schwieriger und auch was die Außenverteidiger betrifft, deshalb hat mich das sehr gewundert, aber gut, Newcastle hat sich dazu entschieden, zunächst so anzufangen. Wir haben es auch hier später nochmal, zeigt so ganz gut, Dortmund immer mit dem Zweieraufbau, Can davor bzw. Öst-Chan wie in dem Fall und die Außenverteidiger in der Breite, während sich der Rest halt komplett im Zentrum getümmelt hat. Wir sehen es hier, fünf Spieler, die haben da eigentlich frei rotiert, wie in dem Fall und Newcastle hat es dann in einem 4-5-1 verteidigt. Kommen wir zum entscheidenden Tor, dem 1-0 für Dortmund und grundsätzlich muss man mal sagen, in der ersten Halbzeit gab es große Chancen auf beiden Seiten, aber meistens halt eben nach Ballverlusten im Mittelfeld bzw. bei Gewinn vom Gegner, wo man dann eben schnell in die Spitze gespielt hat. Lag auch daran, klar am Wetter einerseits, aber andererseits waren die Spieler auch technisch gestern recht schwach, vielleicht lag es daran, weiß ich jetzt nicht, aber das war auf jeden Fall ein Grund, warum es in der ersten Halbzeit relativ hin und her ging, wobei Dortmund da dennoch die besseren Chancen hatte. In dem Fall Schlotterbeck extrem mutig gewinnt den Ball, falls nicht, wäre das wirklich eine gefährliche Situation gegen den BVB. So kann Schlotterbeck mit umschalten, besetzt links die Außenbahn, geht durch, spielt den Doppelpass mit Reus und ganz wichtig, man hat hier eine 5-gegen-4-Situation und spielt es perfekt aus. Schlotterbeck bindet in dem Fall den Innenverteidiger Lesels, Reus bindet Guimaraes, während eben rechts Marlen Byrne bindet und Vögrug den weiteren Innenverteidiger Scheer. Dementsprechend ist ein Matcher der einzig freie Mann. Schlotterbeck beweist wirklich eine überragende Übersicht, der hat eigentlich gar nicht hochgeschaut, aber weiß genau, dass ein Matcher der freie Mann ist, bedient ihn und der schließt dann eben ab zum 1-0, das letztendlich auch das Spiel entschieden hat. Das Tor fiel natürlich kurz vor der Halbzeit und zur zweiten Halbzeit hat Newcastle dann eben reagiert. Wir sehen es hier direkt nach der Halbzeit umgestellt auf ein höheres Pressing, wofür sie ja wie gesagt auch bekannt sind und genau so kenne ich sie. Der BVB ist dann halt quasi gar kein Risiko mehr eingegangen, hat die Bälle meistens lang geschlagen, so kam man halt selbst überhaupt nicht mehr wirklich hin und raus, hatte kaum Entlastung und kam vorne eigentlich auch nicht mehr wirklich zu Chancen in der zweiten Halbzeit. Man hat es dann halt wirklich nur noch verteidigt in der zweiten Halbzeit. Da hat Newcastle dann auch die klar besseren Chancen, zum einen die Chance von Wilson, den Kobel halten kann, aber dann auch die zwei Lattenschüsse, haben dann auch umgestellt von einem Dreier auf einen Viereraufbau, in dem Fall, dass Matt Tiger der Linksverteidiger wurde, der dann auch mit hoch stiebt. Somit hatte man dann im Zentrum einen Mann mehr und dafür halt einen Innenverteidiger weniger im eigenen Ball besitzt. Das Risiko hat sich gewissermaßen bezahlt, man hat Dortmund hinten reingedrängt, wie gerade gesagt, auch die beschriebenen Chancen gehabt, aber außerhalb von diesen wurde man nicht unbedingt ganz zwingend und so konnte man die Chancenqualität vom BVB in der ersten Halbzeit eigentlich nicht wirklich aufholen. Klar, am Ende ist es glücklich, aber aufgrund der ersten Halbzeit doch recht verdient für den BVB hier zu gewinnen. Klar, über ein Unentschieden hätte man sich nicht beschweren können, aber ganz unverdient ist der Sieg auch nicht. Wenngleich ich mir da doch ein bisschen mehr erwünscht hätte in der zweiten Halbzeit, also spielerisch, sich nochmal zu befreien beziehungsweise den ein oder anderen Konter zu fahren, war letztendlich nicht der Fall. Ist aber auch den meisten BVB-Fans, glaube ich, egal, wenn sie hier die drei Punkte mitnehmen können und genau das haben sie ja getan. Auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für den weiteren Verlauf der Gruppenphase. Das soweit meine Erkenntnisse dazu. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mir zustimmt, ob euch noch was anderes aufgefallen ist und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!